Tag 820. Heute gibt es viele Entwicklungen aus dem Raum Avtijivka. Hier haben die Ukrainer den russischen Durchbruch gestoppt und Gegenangriffe eingeleitet, um verlorene Stellungen zurückzuerobern. Das Hauptziel der Russen westlich von Avtijivka ist die Kontrolle über die wichtige ukrainische Stadt Pokrovsk. Die Ukrainer haben zahlreiche Verteidigungslinien errichtet, um die Stadt zu verteidigen. Da die Russen beim Frontalangriff auf die ukrainischen Linien schwere Verluste erlitten hatten, versuchten sie, ihren Durchbruch bei Okaretine zu nutzen, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu umgehen und die Frontlinie zum Einsturz zu bringen. Im Laufe des letzten Monats haben die russischen Streitkräfte ihren Durchbruch bei Okaretine genutzt, um so viele Siedlungen wie möglich unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Ukrainer, die anfangs noch unter einem erheblichen Mangel an Artilleriegranaten litten, setzten intensive Drohnenangriffe ein, um die russische Dynamik zu stoppen. Gleichzeitig schränkten die russischen Offensivbemühungen bei Chasifjah und Charkiv die Fähigkeit der Russen ein, ihre Verluste in der Stoßspitze angemessen zu verstärken. Angesichts unzureichender Verstärkungen und hoher Verluste geriet die russische Offensive schnell in Stocken. Trotz ihrer rasch schwindenden Kampfkraft versuchten die Russen weiterhin durch örtlich begrenzte Angriffe ihre taktische Lage zu verbessern und ihre Gewinne zu konsolidieren. Insbesondere versuchten die Russen, ihre Pufferzone südwestlich von Okaretine durch Angriffe auf die Siedlungen Sochil und Novopokrovske zu vergrößern. In Richtung Novopokrovske stießen russische Infanterieangriffsgruppen mit Unterstützung zahlreicher Panzer durch die Baumreihen vor. Drohnenoperatoren der 47. mechanisierten Brigade veröffentlichten geolokalisierte Aufnahmen eines russischen Angriffs, der aus zwei gepanzerten Mannschaftswagen und einem T-90M-Panzer bestand. Interessanterweise führte der russische Panzer die Angriffsgruppe nicht an, sondern wurde zur Unterstützung zurückgehalten. Der erste gepanzerte Mannschaftstransportwagen fuhr dann prompt über eine Panzerabwehrmine und wurde beim Aufprall zerstört. Die russischen Infanteristen auf dem zweiten gepanzerten Transporter stiegen daraufhin schnell ab und versuchten, in Deckung zu gehen, während die ukrainische Artillerie das Feuer auf ihre Stellungen eröffnete. Der russische Angriff endete schnell im Chaos, als der Panzer umkehrte, um dem ukrainischen Artilleriefeuer zu entkommen. Bei seinem Rückzug wurde der Panzer von einer Drohne getroffen und außer Gefecht gesetzt, während sich die Besatzung in Sicherheit brachte. Die Aufnahmen einer zweiten Beobachtungsdrohne zeigen, wie ein weiterer russischer Panzer zur Unterstützung der russischen Infanterie in die Siedlung geschickt wurde. Auch dieser Panzer wurde von einer Drohne getroffen, konnte sich aber noch aus der Siedlung retten, wurde aber später aufgegeben. Erstaunlicherweise schickten die Russen einen dritten Panzer in das Dorf, der ebenfalls schnell umkehrte, als in seiner Nähe ukrainische Artilleriegranaten zu explodieren begannen. Später teilten ukrainische Drohnenpiloten Aufnahmen davon, wie sie die beiden lahmgelegten russischen Panzer mit Kamikaze-Drohnen ausschalteten. Die russischen Angriffe auf Sochil verliefen ähnlich. Russische Angriffsgruppen, die von gepanzerten Mannschaftswagen transportiert wurden, griffen die Siedlung Sochil an. Die gepanzerten Transporter fuhren auf Minen, woraufhin die Infanterie abstieg und von der ukrainischen Artillerie unter Beschuss genommen wurde. Hier gelang es den russischen Angriffsgruppen jedoch, auf einer Lichtung auf halber Strecke Stellung zu beziehen. Ein weiterer gescheiterter russischer Angriff wurde ebenfalls auf halber Strecke gestoppt, dieses Mal jedoch durch eine Kamikaze-Drohne. Ukrainische Artilleristen eröffneten daraufhin das Feuer auf die verbliebene russische Infanterie mit Streumunition. Die Ukrainer setzten auch einen Bradley-Schützenpanzer ein, um das russische Fahrzeug zusammen mit der Infanterie auszuschalten. Nach den Angriffen beschlossen die Ukrainer, die russische Infanterie nicht nur in ihren neu errichteten Stellungen, sondern auch in den Siedlungen selbst zu schwächen. Geolokalisiertes Filmmaterial zeigt, wie ukrainische Drohnenoperatoren die russische Infanterie tagsüber mit Kamikaze-Drohnen und nachts durch den Abwurf von Granaten intensiv beschossen. Die Ukrainer entdeckten auch eine große Gruppe von Infanteristen, die in eines der Häuser einzog, um dort Schutz zu suchen. Später entdeckten die Ukrainer viele weitere dieser Unterstände und bestückten ihre Drohnen mit schwerem Sprengstoff, um diese Gebäude zum Einsturz zu bringen und zu zerstören. Durch den Einsturz der Gebäude werden nicht nur alle darin befindlichen russischen Infanteristen getötet, sondern auch die übrigen russischen Soldaten daran gehindert, diese Gebäude in Zukunft als Schutzräume zu nutzen. Die ukrainische Seite veröffentlicht ja auch Videomaterial, das das Ausmaß der russischen Verluste bei Novopokrovsky zeigt. Das Video zeigt fast 50 russische Verluste in einer Baumreihe mit weniger als 100 Metern Länge. Da sich die Verluste rasch häuften, benötigten die russischen Streitkräfte in Solovyovä dringend Verstärkung. Sie schickten mehrere gepanzerte Mannschaftstransporter mit Infanterie in die Siedlung, die jedoch alle von Drohnen und Artillerie zerstört wurden. Nachdem die russischen Streitkräfte in diesem Gebiet erheblich geschwächt waren, begannen die Ukrainer, die russische Verteidigung sorgfältig auf Schwachstellen abzuklopfen. Die Ukrainer griffen mit Bradley-Schützenpanzern an, eröffneten das Feuer auf russische Stellungen vor Solovyovä und zerstörten sie. Diese Sondierungsangriffe verliefen äußerst erfolgreich, da russische Militärblocker bestätigten, dass die Ukrainer zahlreiche Baumreihen und Grabnetze um Solovyovä zurückerobert hätten. Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte den russischen Durchbruch bei Okaretine so stark dezimiert, dass die Russen keine groß angelegten Manöver mehr durchführen können. Die Russen führten eine Reihe kostspieliger Angriffe durch und erzielten im Gegenzug nur geringe Gewinne. Die Ukrainer haben sich diese hohen russischen Verluste zunutze gemacht, indem sie intensive Drohnenangriffe auf russische Infanterie, Unterstände und Verstärkungen rund um Solovyovä flogen. Dadurch waren die Ukrainer in der Lage, örtlich begrenzte Gegenangriffe durchzuführen und die Kontrolle über mehrere Schützengräben und Baumreihen zurückzuerlangen. Die Kontrolle über diese Stellungen verschafft den Ukrainern einen taktischen Vorteil, dass sie die russischen Angriffsgruppen daran hindert, die Siedlungen Sokhil und Nowopokrovske direkt anzugreifen. Da die Russen weiterhin unter dem Mangel an Verstärkung leiden, können die Ukrainer die Initiative zurückgewinnen und die Russen zurückdrängen, bevor sie sich eingraben können. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.